Glaube ich. Ey guck mal, guck dir den Mann, den linken. Beatboxer, ich hab dich gefunden. Ich kann das nicht, aber das ist cool, das ist so. Aber der ist richtig schlecht eigentlich. Boah lass mich durch du scheiß Nutte, danke. Heyo, was geht? Wir zocken mal wieder Watch Dogs. Ja, wir haben uns so gedacht, in dieser Folge werden wir jetzt um die Pie Driver, das ist eine Schrotflinte. Ich glaube, so hieß die auch in dem Minigame, was wir gespielt haben eben gerade. Oder gestern. Freischalten müssen wir nämlich 3 über 5, ich weiß nicht, Trinkenspiele, nein, da müssen wir die 5. Runde beim Trinkenspiel gewinnen. Und warum denkst du nicht, Idiot? Und das werden wir jetzt einfach mal versuchen. Der Geschirr hat das ja schon einmal gemacht. Vorzüglich, vorzüglich muss man das machen. Vorzüglich hat das gemacht. Und gerade so in der letzten Sekunde kann man, weiß ich nicht, vor 10, 20 Folgen oder so. Äh, das ist schon ein bisschen näher. Ein bisschen näher. Also wieder nachher. Oder fährt eine Polizei an. Das ist mir gerade egal, muss ich sagen, ich bin kein, ich bin kein Verbrecher. Gehen wir da rein. Ich muss mich heute. Sprechen eigentlich. Hier waren wir auch schon mal, da war der Affe. Ne, das war ein anderer, oder? Nein, das war genau die gleiche. Genau, der Tischchen. Ja, stimmt, genau. Der Tischchen war das sowieso. So war mit dem Glas? Ne, warte, da war noch Cluback auf dem Tisch drauf. Egal. Wahrscheinlich hier rein. Einkaufen. Was kann man hier kaufen? Die Flasche, oh, egal. Aber die ist 9 Dollar drauf als ein Kaffee. Hoffentlich bringt das was ordentliches. Ich denke mal jetzt nicht unbedingt, dass das Fokusboost bringt. Sondern eher Langsamkeit oder so. Nö. Das bringt Fokusboost. Und Schnelligkeit. Hä? Was schneller, glaube ich. Vor allem das ist diese Extremrunde. Okay, dann beginnen wir doch mal. Runde 1. Runde 1. Ich bin dabei. Keine Sorge. Wir sind hier relativ sehr. Relativ, danke. Wann es trinken wir hier? Da kannst du mir das erst mal sagen. Das ist ja was wie Blut. Boah, das ist schwer. Ja. Alle gewöhnt sich dran. Das ist es, man. Oh. Boah. Boah. Ich habe alle E-Mail-Konten gelöscht. Das ist schön für dich. Na. Wollte ich auch sagen. Nächste Runde der einen, Leute. Neue Runde, neues Glück. Genau. Boah. Ah, da haben sie sich auch schon was gedacht. Das finde ich ganz cool. A, X. Y, B, A. Ja, X. Ich bin gut, ich weiß. So, nächste Runde, dritte Runde. Äh, es sind nur noch mit dieser hier zwei dann. Also nein, drei. Wird die Flasche nicht mal leer? Keine Ahnung. Vielleicht... Wir merken das wahrscheinlich gar nicht mehr. B. X. A. B. Nein. B. Y. X. Das geht eigentlich noch. Aber wenn alle auf einmal sind, dann... Ja, das ist hart. Aber das warst du da? Das ist mein lieber Scholli, ne? Ja, ich war schon in Runde, weiß ich doch nicht. Deswegen... Genau. So, Runde vier. Y. Äh, da weißt du nicht. X. Scheißegal. A. Y. Nix. Nein. X. Pass auf, rüber, rüber, rüber. X, 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 X. Boah. Boah, gerade so. Ja. Das ist auch knapp, ehrlich gesagt. Aber... Das geht noch. Welche Taste ist es. Ja. Jetzt gleich kommt die fünfte Runde. Wir ernähren uns der Piledriver. So. Äh... Salute. Äh... Der tut schon gar nicht so gut. Äh... Y. Oh... Nein! A. X. B. Y. Nein, Y ist da oben. Y, X. Ich merke, ich merke schon dann, ne? Also, Kinder niemals anfangen mit trinken. Was ist die 4 oder ich... Jaaa... Runde... Runde 2, was? Sie gewinnen. Ja, gut, ne? Der ist tot, das ist mir egal. Äh... Ich würd's jetzt cool finden, wenn du so einen Effekt hast, dass du so ein bisschen rumtaumelst. Ja. Geil. Und wenn wir jetzt fahren, ne? Und ich auch für die Polizei, äh, gönne uns das nicht. Warte, haben wir das jetzt schon gemacht? Äh, ist grad, warte. Nein. Da. Fisch... Wo war das wohl? Äh... Fortschritt, Minispiele. Ne... Ne... Mission, erkannt Verbrechen. Ist doch egal. Ich möchte mal, dass du Auto fährst. Wie sich das dann anfühlt. Ah, warte. Minispiele da. Poker, trinken. Trinkspiele... Hä, wir haben noch... Ach, die 5. Runde. Haben wir doch gemacht, oder? Ne, wir müssen die 5... 5 Runden müssen wir insgesamt gewinnen. Ach so, okay. Poker-Job-Räumen. Mhm. Pokern? Ach, ne... XP-Bonus brauchen wir nicht mehr unbedingt. Maximaler Fokus. Boah, nice, ey. So, was müssen wir mal machen, sonst? P9 Millimeter. Das... Was war das da? Der hat da so einen coolen Sprung gemacht. Ja, nein, das ist einfach nur verhängerter Fokus. Maximaler Fokus. Okay. Äh, wo ist unser Auto? Weiß nicht, ist glaube ich weg, aber... Ne, ist nicht weg. Unser Effekt ist... Ganz sicher. Unser Effekt ist weg, aber unser... unser Auto nicht. Mach mal nochmal eine Runde. Ja, aber... Boah, der ist immer noch dicht, ey. Das ist ein... Ja. Das ist ein Lappen. Wir haben uns wieder zusammengegeben. Lappen! Okay, hast ja doch recht. Ich würde mal sagen... Wollen wir noch mal nochmal? Was? Das? Ja. Fix auf. Nee, das hier unten. War da unten? Geschäft. Komponenten kaufen? Nee, Komponenten möchte ich nicht. Was ist das da? Seht ihr ganz... Ähm, ich hab grad richtig Bock nochmal auf die Trinkspiel, die haben eigentlich richtig Spaß gemacht. Die findest du ja aber erstmal nirgendwo. Ja, das ist das. Gar nicht, denk ich. Doch, hier unten. Ah, da. Ja, weil, da stand nämlich auch, dass es drei Trinkspielgegner gibt. Wo ist die nächste Hochbahn? Das interessiert mich gerade mal eben. Äh, da oben gar nicht. Die erste wird hier weiter unten sein, auf der, äh... Genau. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir hier hin, zu dem wir versteckt, ne? Von da aus steigen wir dann in eine Hochbahn. Ja, aber sonst ist das einfach eine Fahrt von... Das sind Träger-Studien. Später. Was? Bist du doof? So, ich hab mein Auto. Kein Bock mehr auf euch. Ficker. Bist doch eh gleich da. Aber egal. Nö. Ich fahr Auto, Alter. Ich hab nen Führerschein. Äh, echt? Hast du den gemacht? Nö. Glaub ich den nicht. So wie... Nach deinen Fahrkünsten zu beurteilen. Dankeschön. Denk ich mal nicht. Ich würd jetzt nicht dem Wegpunkt nachfahren. Würd ich auch nicht. Ich würd so Hochbahnstation fahren. Du hast den Wegpunkt nicht gemacht, du hast ihn nur entfernt. Das ist mir gerade... Egal, ich seh dir auf der Karte. Woher denkst du, ich bin doof? Äh... Aaaaah! Aaaaah! Ich denk das nicht so... Ich weiß das. Aaaaah! Aaaaah! Ja, okay. Okay, da hoch. Zwar nicht so, aber egal. Dann steigen wir... Ich wollte das mal ausprobieren, aber dann war das ein Stress. In Klinten einfach mal einsteigen. Ja, in den Zug rein. Okay, kein Zug, da geh ich sogar. Schnellreise. So, äh, war hier unten ja, ne? Ja. Äh... Hier war das irgendwo also. Ich würd die linke nehmen. Ja, okay. Geh mal da hin. Schnellreise dahin, vielen Dank. Ja. Und dann würde ich sagen... Das ist ganz schön teuer, ne? Mit der Bahn einmal durch die halbe Stadt zu fahren, glaub ich. Ey, guck mal. Guck dir den mal an den linken. Beatboxer! Ich hab dich gefunden! Ich kann das nicht, aber das ist... Das ist cool, das ist so... Er ist richtig, aber der ist richtig schlecht eigentlich. Ja, aber... Boah, lass mich durch, du scheiß Nutte! Danke! Er ist richtig gut. Dass die sowas eingebaut haben, das sind hier einfach nur... Das ist nice. Das ist wirklich ne richtig lebendige Stadt. Ich sag's immer wieder, aber das ist einfach so. 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 Hol dir dein Kackauto und dann... Oder hol dir einfach ein Motorrad. Ne, warte. Hol dir... Geh nochmal weiter. Sport. Was ist das denn? Feuerwehr. Ich würde den da nehmen. Nein, Feuerwehr. Das finde ich doof. Finde ich auch doof. Feuerwehr ist zu lahm, du kannst ja doch nicht mal mit Wasser spritzen. Was soll ich spritzen? Ja. Ja, normales Fahrzeug. Hat ja auch nicht immer einen Monitor. Fahren die dann zur Seite? Das interessiert mich ja mal. Werden wir sehen. Auf jeden Fall, das Bullhorn ist nice. Also bei GTA ist es ja so, aber... Naja, mal sehen, ob sie die KI eingebaut haben. Ubisoft. Warum? Sowas fehlt. Aber immer. Nein, dürfen wir jetzt über rote Ampeln fahren. Ich will die Polar haben. Hoi! Feuerwehr kommt durch. Haha. Ja. Feuerwehr kommt... Sein armes Auto. Er trauert darum. Bitte Gott, gib mir ein neues Auto. Nix Geld. Jetzt ist er gleich tot. Fahr einfach weiter, mach dein Trinkspiel und dann... Ist auch schon gut. Baller! Oh Mann. Pizzeria. Ich hab bloß noch ne Pizza gerade. Ne, da ist ne Bar. Idiot. Siehst du? Äh... Oder ist es unser Ausgang? Wahrscheinlich... Ne, das Trinkspiel ist ja weiter. Das Trinkspiel ist ja weiter. Tatsächlich. Aber hier ist ne Pizzeria. Ich hab irgendwie Bock auf Pizza. Nein! Du auch? Hast du auch Bock auf Pizza? Nein! Hast du Bock auf Pizza? Ungesund. Hier musst du rein. Ja, ich geh durchs Fenster. Wir sind Patetten voll, oder? Ja, das ist einfach cool. So. Halt's mal. Doch, ich möchte mit dir trinken und du wirst verlieren. Willst du mit mir trinken gehen? Na da mal los. Was Japanisch ist, ey. Das ist ja ganz neu. Ja, das sind wir im Spiel, mein Lieber. War es wenigstens mal nicht was Rotes oder war es wieder was Rotes? Ich hab nicht geguckt, aber auf jeden Fall japanisch. Wahrscheinlich mit Katzenblut drin. Jep. Oder irgendwas aus. Boah, der schneller ist hier. Idiot. Ja, doch rot. Boah, ist schwarz. Ist schwarz. Gefärbtes Katzenblut. Katzenblut im Leben. Oh mein Gott, Werbung für ne Versicherung. AXA. Oh ja, ich auch. Du fändest dich an der Welt aus. Wir sind alte Freunde. Ich kenn nichts von euch, aber wir sind alte Freunde. Ja, an die Wachen. Immer doch. Was für Dingern trinken wir da eigentlich? Wenn du mir deine Kreditkarte gibst, dann super. Beste Freunde. Mit PIN. Kreditkarte brauchst kein PIN. Da hat der Sicherheitswohl steht hinten drauf. Deswegen ist für die Karte das sicherste was geht. Dann EC-Karte meine ich ja. Ja. Aber generell so Karte so. Krankenkassenkarte. Elektronisches. Bezahlen. Elektronik Cash. X und dann das. A und. Also der hier ist leichter als der andere. Du erinnerst mich an jemanden. Ja, du mich auch. Irgendwie an Tyrone, ne? Nur er ist schlank. Er trinkt doch gar nicht. Der schüttet das irgendwo. Ja, der ist so gut, ne? Der musste nicht mal seinen scheiß Mund öffnen. Der musste nicht mal seinen Mund öffnen, um zu trinken, weißt du? Er ist ein richtig cooler Typ. Dann trinken wir doch auch nochmal. B. X. Warum ist er eigentlich als Playstation logo? Ich verstehe das nicht. So, jetzt ach mal auf seinen Mund. Er trinkt echt... 3D-Brille. Und somit haben wir schon wieder gewonnen. Also ich fand das andere schwieriger. Ja. Vor allem das, was sie mal hatten gegen T-Bone. Ja. Das war schwer. Gegen T-Bone? Ja, gegen T-Bone. Wie heißt der mit richtigen Namen? Ich weiß es jetzt gar nicht. Tyrone. Tyrone. Tyrone, keine Ahnung. Kann sein. Wo sind unsere Feuerwehr? Dahinten, ne? Ja, da. Okay. Ich will jetzt nochmal den dritten gucken. Den dritten machen wir nochmal. Weil wir müssen ja einmal alle Leute nach der Stadt durchnehmen. So richtig hart penetrieren. Wo ist denn der? Ich denke weiter oben so in der Hauptstadt. Das könnte gut sein. So, hier, genau. Mit in der City. Ja, genau. Meter in der City. Bist du dann vorbei? Warte hier an dem großen Gebäude. Weiter rechts? Weiter rechts? Ja, ich habe ihn gesehen. Ich will jetzt ihn hochbauen. Achso. Okay. Ich dachte gerade. Da. Da. Ins Loch, ey. Ich nehme dich auch gleich ins Loch. Du kannst ja eh auf der Karte sehen. Feuer! 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 Also er ist gerade so geil aus mit dem Rauch und unseren Signalleuchten. Der Effekt ist ja gut. Signal leuchten. Also am besten was man hacken kann finde ich eigentlich die Dampfrohre. Ja, die sind richtig. Die sind episch zum Abhauen sind aber die Brücken am besten. Ja. Weil die Gegner einfach nicht rüber fahren. Außer du hast so Fixer die dann einen auf ganz cool machen möchten und... Nein! Wait for me! Verdrücken. Alter! Meinst du es gerade ernst? Oh, ich finde diese... Kennst du den Trailer? Alter! Ja, kenn ich. Vor allem von dem Ding so runterspringen kannst, ne? Ne, wo er automatisch... Wo er die Bahn in dem richtigen Moment anhält und dann einfach einen Schritt rein macht. Einfach reingeht so. Ja, das stimmt. Er bleibt einfach stehen und die... Hey, großen Beide da. Die brauchen wir. Das heißt, ich finde es so cool, dass die Karte so ein bisschen 3D ist. Bisschen die ist 3D, das ist richtig geil. Du kannst dich richtig gut orientieren. Dieser Effekt finde ich ganz... Ja. Den Effekt finde ich ganz gut. Also ich... Ich liebe das Spiel schon eine richtig geilen Karte. Ja! Ich mach einen auf Joshua. Ja, ich hab's... Ich bin aber besser runter gesprungen. Ja, du bist so stumm. Ja. Wer kennt es noch? Schreib es in die Kommentare, meine liebe Soldaten. Ich wollte es auch sagen, aber ich konnte mich zurückgreifen. Gute alte Zeiten, damals. Am Anfang unserer Zeit. Vor einer langen Zeit. Wo noch alle Poller in dieser Stadt standen. Sind wir eigentlich schon mal über Nägel gefahren? Ja, das sind Poller. Fahr einfach weiter. Wenn du da durchkommen würdest. Alter, guck mal. Wir können da Strom masten. Ich will mich verarschen. Mit das Rail. Erst ganz kaputt machen und dann... Willst du durchziehen? 1040. Drück mal nach oben. 1040 was? Nach oben drücken. Einfach auf dem Pit und dann... Ja. Nice. Davon haben wir... Wie viel haben wir jetzt? Ich glaube 5 von 100. Also ein bisschen was vom Foursquare. Da stand gerade so 5 Anmeldungen. Ja. So wie 5 Check-Ins. Wir sind der Major. Okay. Wird er uns äh... gemessen sein? Wird er gegen uns gewinnen können? Ja! Richtige Gläser! Yes! 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 Der sieht auch echt noch tinker aus. Warum sollte ich? Das ist... Yes! Es ist hellrot. Also komm. Sieht aus wie Tomatensaft. Das kann ja gefüllt werden. Ja. Oder Karottensaft mit äh... Wat? Ach, das ist ja geil. Nein, scheiße. Das war rechts. Das ist ja geil. Was für ein Gesicht. Ja, guck dich mal an. Das ist ja auch richtig mal was Schwieriges. Ja, das ist anspruchsvoll. So. So. Nächste Ladung. Nein, nächste Ladung gleich hinten rein. Uahhhh. Echt. Oh. Jetzt hattest du dich erwischt, hm? Du solltest dein Gesicht sehen. Haha, du wiederholst dich. Ja. Also ich dachte, er wäre dann doch schon ein bisschen kreativer und könnte sich was ausdenken. Ja. Heimtürkisch. 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 Oh man. Oh. Ach du Scheiße. Oh. RT. Boah war das knapp. Boah ist richtig schwer, Alter. Du machst das Gute. Aber es ist dann meine Herausforderung. Das dritte ist dann immer so das schwerste. Ja, es macht Spaß. Aber es ist anspruchsvoll. Eigentlich hätte es steigernd sein müssen. Also, ein erster am leichtesten und ein zweiter. Aber es war ja... Nein, jetzt muss ja... Alter, ne. Oh. Scheiße muss ich das vielleicht noch mit X und Y machen. Nein. Boah, fuck. Ich drücke immer RT auszusehen. Boah, es wird immer kleiner. Nach der Zeit wahrscheinlich. Das ist schwer. Vor allem, warum gehen diese Scheißgläser da nicht kaputt? Der haut das Ding da rauf, als wäre es ein Ananas, ne? Es ist doch nur ein Glas. Es ist ja halt kein... Was willst du von mir? Okay, er. Ja. Auf dich. Auf dich, du lieber Tisch. Oh, das... Das ging... Schon nicht schwer. Ja, doch. Also, es... Ja. Ich will jetzt nicht sagen, es war leicht, ne? Aber... Wir vertragen schon etwas. Ja. Der tut mir nicht. Okay. Okay. So, und in unserem Vollmerausch... Beenden wir auch die Folge. Trinkt nicht zu viel da draußen. Vor allem dann nicht Autofahren, so wie wir es jetzt tun. Nur weil wir das machen und heißt das nun lange nichts. Ihr seid verantwortlich für euer Leben, muss man ja auch immer mal so sagen. Wir haften nicht für eure Kinder, sondern eure Eltern. Was? Wir haften nicht für irgendwelche Schäden und dann... Eltern haften für eure Kinder. Naja, und wir haften für euch. Also, wir beenden einfach die Folge und sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Mit einer Haftform bei... Tschüss. 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 Tschüss.